Moin Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind gerade am Brücken belagern und haben richtig viel Spass. Also wie viele Punkte ich hier abzahne, dank der Gehlde und so weiter, das ist Wahnsinn. Manchmal sind halt ein paar Ritter dabei, aber eigentlich jede Minute einmal gut abkassieren. Was haben wir denn an Königspunkten? Ja, fast 500. Geht doch, oder? Gut, sind wir bald Level 45. Dragobeifus. Ja, ja. Hm, ich will mir den mit... Klar. Wenn er nicht kommt. Gut. Die wollen das beschützen und beschützen und beschützen und... Ja, man sieht's. Ich darf nicht mehr gehen. Oh, nein. Die Diemon. Schaut euch diesen Damage an. 1100 irgendwie so kombiniert. Ja, gut. Muss retten. Der ist nämlich unsichtbar. Darum gehe ich nicht mit mit ihm. Und... Oh, 2000 heilen. Mit einem wiederbelebt... Cool. Cool, Mensch. Ach, da ist noch einer. Gut. Ach, da ist noch einer. Ja, sicher nicht. In den Weg, hey. Nein, nicht einfrieren. Komm schon. Jetzt läuft alles ein bisschen schief. Das ist so das Aufnahme... Ähm... Virus, so wie man das sagen soll. Ist eher ein Virus für mich. Da ist noch einer. Hey, es ist... Es ist... Weihnachten. Friert ein, friert ein. Uh, schön. Abgesandt. Ja, was ist denn los? Hau doch nicht ab. Darf ich einfrieren? Darf ich? Ich will einfrieren. Ach, komm schon. Ja, jetzt tut sie sich schützen. Gut. Was war... Was war das? Ich schiesse und sie fällt sofort um. Gut. Und jetzt gehen wir. Okay. Verstehen die Nömen auch nicht. Also gehen wir gemeinsam. Und lassen die Brücke ein bisschen in Ruhe. Ich find's lustig, dass die jetzt nicht mit Hunderten kommen. Sind alle bei Herb. Das ist wahrscheinlich immer noch Ignis. Nein, es ist zurück. Auf Sirt ist gut. Mal kurz schauen. Ja, seit kurzem. Nein! Doch, ich bekomm sie. Yeah! Mann, ich sah ihn so mega ab. Ich fühl mich schon auf Level 60. Also ich mache immerhin auch den Schaden. Als andere sahen nur ab und machen nicht den Schaden. Und es sind unfair Keystealer und sonstige Sachen. Vor allem die Leveler. Die die unbedingt leveln wollen. Das können sie immer bei den Spielern, die gekillt werden von den anderen Reichen. Und so weiter. Aber zum Beispiel auch am Strand. Wenn viele leveln. Immer küsst du ihnen. Damit sie wenigstens ein bisschen Übel bekommen. Also es gibt wirklich die untersten. Ich muss kurz schauen. Habe. Schlechtes. Herzet. Habe. Schlechtes. Schlechtes. Habe. Habe. Es ist nur für TS3 schlecht. Also TS3 macht Probleme mit meinem Herz. Schlechtes. So. Oh. Junge. Die will ich aber auch. Hey. Ich will auch. Ich will die auch. Ja. Du musst hier. Ja. Wollen. Herr. Schaden. So. Das ist ein Kill. Eine. Habe. Gut. Also das ist die beste Gelde beim Todlachen. Ja. Super. Ähm. Da haben wir noch einen. Aua. Arme. Oh. Ein Film. Sorry. Komm. Schaden. Komm. Komm jetzt. So. Haha. Okay. Haben wir so wenig hier. Es waren damals viel mehr. Ich levelte gerne hier. Es ist komisch, dass die nicht so hoch sind. Aber es ist auch irgendein Quest. Die werden gar weniger eingefroren als die Spiele. Die Spiele werden mega lange eingefroren. Da muss ich mich manchmal entschuldigen. Bähähäh. Ein Monster. Uh. Wir sind bei Pokémon. Ey, nicht so viel Schaden machen. Hallo. Danke. So. Ey, nicht so viel Schaden machen. Sechs. Wo ist jetzt hin? Gehen wir dorthin. Da vorne. Ich weiss nicht wohin. Na, wir respawnen schon wieder. Ich folge einfach mal ihr. Ah, einer ist gestorben. Eine. Okay. Ah ja, da. Nicht so viel Schaden machen. So. Da ist noch einer. Nein, das ist ein Ignis. Grosser. Ein Wilder. Und ähm. Da haben wir auch zwei. Da haben wir Violette. Da. Nix. Kein Schwein. Ah, da. Da. So. Acht. Nächster ist dort. Da ist einer. Mit dem Elementar. Ehhh, das ist im fetten Damager sein. Mit dem Elementar. Noch... Ein Können wir noch einen? Ich knete den sonst Tanks So Ja, und jetzt haben wir Samal Gut, müssen wir nach Samal Ja Welcome back checken Noch auch Welcome back Und Ja, schaffen wir easy Easy peasy Lemon squeeze Check hier einen Rang für Goran Die Diva Ja, ich will auch Danke Ich bekomme nichts Tss Ja, egal Ja, egal Mal kurz ein Ding Pfeil nehmen Ja, widersteh doch Schlimm Wieder nur scheiß Oder zick Oder zick So So Ja, ein Schäfwicht Ja, ein Schäfwicht Vielleicht Vielleicht ein bisschen beoffen Aber ich will jetzt nicht Irgendwie leveln Also, wir haben das Jetzt ein bisschen many Ähm 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 Okay Er ist erstaunt, dass ich Deutsch Deutscher bin So, ja die anderen kommen auch gut Oh Oh, Teleporter Jähn Okay, jetzt gehen wir nach many Ja, die bleiben noch kurz hier Ich würde eigentlich wissen, wie man äh Äh Kann man mit dem nicht ähm Wiehern, sozusagen Kampfru- äh, wie soll man dem Steht hier überhaupt nicht wie Wer ist da dunkele Welt Uff, uff Da sind sie Ja, mhm Geh noch langsamer Hallo Danke Jetzt Gib mir Gib mir Komm schon, ich muss level 540 werden Danke Einmal Ich bin noch nie so geizig auf level Wie Gerade im Moment in diesem Spiel Ich werde so beschenkt Awww Da läuft noch der Acker rum Da ist er Der Kast Der Kast Ich bin Kasten Aber kann nicht schreiben Aber kann nicht schreiben Naja Also gehe ich wieder zurück Okay Da ist noch Shaya Soll ich das Genau, ich gehe jetzt mit denen mit Ich gehe mit denen mit Ich mache das jetzt kurz Ich mache das jetzt kurz Ich mache das jetzt kurz Ja, okay, mache ich es nicht, hä Wenn der nach Ege Äh Imperial geht Ich probiere es Nein, ich gehe zurück Ich will jetzt so in einem Killstreak bleiben Ich habe wirklich 30 Also mehr als 20 sicher Besiegt Mit Hilfe natürlich von anderen Aber im Regenum Seht ihr auch Das mit Besiegen Und mehr als 200 Schaden zu machen Ungefähr Und das mache ich auf jeden Fall Und ich mache meistens auch am meisten Schaden Weil ich zu oft Ähm ähm äthärische Pferde einsetzen kann Darum geht das in Ordnung So Du bist hier Und die anderen Cool Da kann ich da auch ein bisschen Leveln ab und zu Das sind nämlich alles Hey Wieso sind die eigentlich so schnell Gelb geworden? Ich will auch mit Danke Ah, die ist so nett Da kann ich nicht zu Doch Wenn er trifft Nein, 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 nicht einfrieren Oh Mann Falsch Wieso bist du jetzt wieder nicht ganz unten Ja, den kann ich aber nicht besiegen Hm Ich muss wieder einen Clans zurück Nein, der scrollt nicht mit Wenn ich im anderen bin Im Channel So Leveln wir mal zusammen Komm jetzt Ja, ich bekomme sehr wenige Wir sind noch zu hoch Der bekomme ich wieder Aber eben ganz wenig Also 64 plus War so kompliziert Und jetzt So, jetzt kannst du besiegen Gut Du gehst jetzt eigentlich hin So, wir gehen gemeinsam dorthin Und du versteckst dich Oh nein, du bist ja auch schon zu verstecken Nein, ich will nicht Mann, siehst du, klicke ich immer daneben Ich muss es echt mal rüber schieben Schieb es einfach mal rüber Gott, immer ganz Also, dass ich beide Antatsche Weil es so weit entfernt ist Ich mag so spiel, wo man WSD Ähm, und die Dingtaste Gemeinsam drücken muss Nicht so So Oh, schau mal Einen schweren sogar Der hat keine Chance Gegen mich Er soll mich angreifen Er greift nicht mich an Er greift nicht mich an Ja Toll Sie macht's gut Komm Ach, schade Komm Komm Gib mal einen Namen Mann Er friert mich ein Ich will Ach Mann Du bist so ein Feigling Genau Genau Greif ihn an Greif ihn an Komm Jetzt bin ich der Feigling Ich geh rein Ich geh rein Ich geh einfach mal ein bisschen Hey Lass mich Ja, jetzt besiegt er mich noch Das sind Feiglinge Der ist nämlich sehr schwer Das ist für mich natürlich nicht Aber das ist der grösste Feigling Wenn er doch schon sie angreift Die ganze Zeit Hat wahrscheinlich gemerkt Ja, ich bin schnell Etab Oh Wir schauen noch zu Oh, sie verliert wahrscheinlich auch Wenn sie so Er hat einfach alles Debuffs Das ist das Problem Äh, nicht Debuffs Ähm Stunts Ja, die Debuffs hat er auch Gut Sehr schön Nein Nein Ja, schau mal an Voll der Noob Voll der Noob So ein So eine Spargel Ja, so sehen die Spargel Die können nicht spielen Super 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 Komm Anfeuern Hopp, 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 hopp Sehr schön Komm jetzt Genau Mach Schaden Yes Haha Sie hat zwar auch sehr viele Debuffs Aber sie macht sie jetzt nicht die ganze Zeit Ja, komm schon Ja, toll Ja So Ich konnte glaube ich nicht An der Mauer Zurück Im Baum Er hat mich Da Nein Äh Du siehst es nicht Ey Oh mir Oder ich hab's halt falsch gesehen Aber eben ich Konnte da nichts mehr machen Ich war ja gestunt Musste dann wieder raus War Ganze Zeit Gestunt Und dann Reingebill So Hat mich ja da mit diesem Äh Komischen Verwirrt Gestunt Dann bin ich irgendwie rein Bin ich wieder raus Konnte dann wieder reingehen Und dann bin ich ja wieder raus Und war die ganze Zeit wieder draussen Also Dann hat mich ja draussen So Glitches will ich nicht ausnutzen Aber er hat mich ja Fokussiert Und konnte mich so durch Dadurch natürlich immer Angreifen Oder eben Für ihn auch Bin ich draussen gewesen So ist das Spiel Wenn man mal rein ist Man schon am Arsch Sooo Mann Diese Spiele Immer zu Feiglings Ähm Skillungen machen Kann ich auch Alle meine Stunts mitnehmen Dann bin ich Der Beste Weil ich Jeden Kann's San Kann Wollen wir nochmals In den Baum Versuchen Rein zu gehen Ich glaube Ich kann die ganze Zeit Wieder in den Baum rein Wahrscheinlich Jeder kann in den Baum rein Aber es wird Einen anderen Draussen Sozusagen Tja Oh Ein Schatz Ja Okay Schaffen wir Gut Ja Hier immer das Tier Ah Level Gut Boah Ja Aber eben Die Event-Twickler Wollen ja Dass die Spiele So ungefähr sind Damit hatten sie Distanz Nicht wieder Verlängert Sie haben Sie haben Mal verkürzt Distanz Das weiss ich nicht Aber als ich Letztes Jahr Wieder gespielt habe Waren sie Wieder länger Und jetzt sind sie glaube ich Sogar noch länger Oder sie sind gleich lang Ich weiss jetzt gar nicht So richtig Aber sie kommen mir länger vor Vor allem Diese Seilen führen von mir Vielleicht sind die auch So ein bisschen Extrem Ähm Wie sagt man denn Einfach Sensibel So Ich probiere es einfach Auch mal kurz Habe ich jetzt Ein Ding Ich habe wahrscheinlich Noch nicht Ich werde jetzt hier Ein bisschen leveln Deshalb Muss ich hier wieder Binden Ja Ich habe noch nicht Gut So Wo sind jetzt eigentlich Die Leutchen Sind immer noch Im Spawn Und hier Ist die Scheier Ähä Man Hilf mir aber noch Wieder Sonst muss ich halt Leveln Muss halt Aufschieben Kein Problem Also Deswegen ja niemand So Aber der Part Ist leider frühe Ich habe jetzt erst Auf die Uhr geschaut Und Schon wieder so spät Hm Geht alles Die Zeit So schnell Vorbei Aber ich will ja auch Hochqualitative Hochqualitative Videos Ähm Dann Will ich das auch Einsparen Die Ja Parts Also ich will Ähm Ja Schon genug machen Deshalb zwei pro Tag Aber nicht mehr Weil ich Die Qualität Nicht senken will Für mich Muss die Qualität Doch gut sein So Du bist Hier unten Heavy gain Hintes vor Wir gehen Hintes vor Ich geh Ich riskiere Also Mission Impossible Hier am Alga Vor Weil Many Vor Ich bin schon voll Im Alga Vor Wieder Weil wir Da unten Angefangen haben Mit unserer Reise Bis zur Brücke Und dann habe ich Aufgenommen Stimmt Ja Many Vor Ist es ja Eines meiner Lieblings Forts gewesen Bei Ignis Ähm Da seht ihr ja Wieso ich So liebe Weil es so richtig Rustikal ist Zwar nicht so Bösartig Aber Halt dunkel Und das mag ich Vor ungefähr drei Jahren Habe ich mal Eine Idee Hatte ich mal eine Idee Ich baue mal Das ganze Reich Also die drei Reiche Die ganze Welt In Minecraft Nach Aber Ich habe dann ein bisschen Blind angefangen Und bin dann Entschluss gekommen Nein Das ist zu wenig So So Jetzt gehen wir Schön wieder zurück Oder ich gehe zurück Und Wir sehen noch Einen kurzen Einschnitt Wie ich die Quests Abgebe Ich habe eine andere Quest glaube ich noch Da habe ich die abgegeben Ah die habe ich schon abgegeben Okay Okay wir bringen uns Kurz um Ja was bist du Ah In dem Reiche noch Wir greifen die Panther an Die Panther Des Kuschelns Ja was ist jetzt Kommt jetzt Bringt mich um Ich habe einfach zu viel Leben Ich könnte ja noch die Pfeile nehmen So Dann gehen wir zurück Zurück zur Mauer Bis gleich Ja bis gleich So Wir sind hier An der Mauer angekommen Oh Oh bei dem Bad von Donnerstab Ich hätte nicht gedacht Du diese Mission überlebst Oh ja Ehrlich Du bist ein grosser Soldat In Asius Du hast grosses erreicht Ja Krass Und jetzt müssen wir rein Oder was Was ist fertig Hab ich aber wenige Expep bekommen Naja Hätte mehr gemalt Und gut Also dann gehe ich mal Mich ein bisschen verstecken Oder so Weil ich jetzt Aufkage Und Im nächsten Part Geht es sicher wieder Ein bisschen weiter In der Reichs Ah ja In der Schlacht Und Und Ja auf jeden Fall Wird ich dann auch noch ein paar bisschen Level Bis Ende Level 43 Damit wir Level 44 Knacken können Ach freu ich mich auf 45 Ich werde eventuell die Expescroll doch jetzt bald einsetzen Weil wahlen kann ich einfach nicht Tschüss Viel Spass noch mit anderen Videos Oder eben Bis heute Abend Tut es Morgen oder Abend Tschüss Euer Drago Basel